Die folgende Übungssammlung sollte regelmäßig im Rahmen der Erwärmung sowie der erweiterten Erwärmung nach dem MEPS-Prinzip erfolgen, um einen nachhaltigen, vorbeugenden Charakter zu gewährleisten. Der Fokus liegt hier auf der Erwärmung sowie Potenzierung der Schultermuskulatur. Unser Arbeitsmaterial für die ersten Übungen ist ein Terraband. Dieses wird zunächst in einem schulterbreiten Stand etwas mehr als schulterbreit gegriffen. Dann wird das Terraband zunächst über den Kopf und dann hinter den Körper geführt. Wiederholt die Bewegungsdurchführung achtmal. Bleibt weiterhin in einem schulterbreiten, sicheren Stand. Aus dieser Position führt ihr das Band dynamisch, aber kontrolliert nach außen und hinten, so dass sich das Band der Brust nähert und diese berührt. Wiederholt dies zehnmal. Weiterhin in einem schulterbreiten, sicheren Stand haltet ihr das Terraband nun mit einer Hand auf Hüfthöhe und zieht es mit der anderen Hand so weit wie möglich auseinander. Anschließend führt ihr das Terraband kontrolliert zurück. Nach fünf Wiederholungen wechselt die Seite. Nun führt ihr drei saubere, tiefe Liegestütze aus und dreht dreimal pro Seite mit dem Oberkörper, dem Rumpf und der Hand auf. Erneut aus einer schulterbreiten, sicheren Position hämmert ihr nun einen Medizinball zweimal fünf Sekunden unter voller Anspannung der Rumpfmuskulatur und aus dem Schultergelenk gegen die Wand. Nun liegt ihr auf dem Boden und ein Partner lässt euch einen Medizinball zukommen. Diesen nehmt ihr mit leicht angewinkelten Ellenbogen an, fangt ihn ab und gebt ihn sofort und explosiv wieder nach oben. Erledigt zweimal fünf Wiederholungen. Erledigt dahin ... Erledigt ... Untertitelung des ZDF, 2020